Ich merkte, dass ich an so einer Klippe stehe und ich wusste, jeder nächste Schritt führt in den Abgrund. Und das war aber in dem Moment auch für mich in Ordnung. Also ich wusste, dass mein Lebensstil zum Tod führt. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Manche Leben sind so vollgestopft, dass man damit gleich mehrere füllen könnte. Bei ihm war es so, Drogensucht, er verlor dadurch seine Frau, Wohnung, Auto, dann Mitgliedschaft in einem Motorradclub, mal einem normalen, in Anführungszeichen, später in einem christlichen, Seelsorge und dann vor allen Dingen seine Bekehrung, Stoff für einen Roman oder einen ganzen Film. Wir werden heute sozusagen eine Art Preview bekommen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Matt Packett. Hallo. Matt, um einen Menschen ein bisschen zu verstehen und das in 25 Minuten, muss man doch mal gucken, was da alles so gelaufen ist und zwar vielleicht auch schon in der Kindheit beginnend. Was würden Sie sagen, wieso ist der Mann so geworden, wie er heute ist? Was war schon in der Kindheit angelegt? Wie war Ihre Kindheit? Nun, die Kindheit war übersät eigentlich mit, ja, teils Gewalt, teils Zerbruch, keine richtige Familie, Verlust des angeblichen stabilen Elternhauses oder den anscheinens stabilen Elternhauses. Also die Eltern waren da. Die waren da und waren auch für einen da, aber trotz alledem gab es halt oft Gewalt in Form von, wenn wir drei Buben irgendwas angestellt haben, wurden wir in den Keller gesperrt, in den Keller geprügelt, wurden dort eingesperrt in einem Heizungsraum, wo die Ölfässer standen zum Beispiel, bis einer von uns gestand, was er getan hat und so Dinge. Oder man kam zu spät nach Hause, weil die Fahrradkette kaputt war, dann hat man eine blutige Nase gehabt. All die Dinge. Das vergisst man natürlich nicht, da haben Sie noch Bilder im Kopf heute. Genau. Und das sind Dinge, die bleiben und auch für mich war immer irgendwie, dass es irgendwas wie so einen Schöpfergott gibt. Aber er war für mich eigentlich jemand, der mit Lupe, Ameisenhaufen quasi, wahllos Ameisen tötet, irgendwie so, so kam ich mir vor mein Gebet. Das heißt aber, damals war, also Glaube war schon irgendwie da. Da war etwas, da haben Sie was mitbekommen. Ja, aber nicht so, wie man das eigentlich heute eigentlich als Christ kennt, sondern man wusste, da ist irgendwas. Und die Hoffnung war einfach, dass das Leben schon als Kind halt irgendwann ein Ende nimmt, dass man das halt nicht mehr tragen muss. Tatsächlich. Können Sie sich ja auch an Szenen erinnern, wo Sie Gott darum gebeten haben? Ja, in meinem Kinderzimmer, wo ich zum Beispiel am Fenster stand im ersten Stock und überlegt habe, rauszuspringen. Und habe dann auch einfach so wie so ein Gebet sagt, Gott, nimm mir doch einfach dieses Leben. Und das waren halt wirklich Gebete oder Wünsche in der Zeit, wo viel halt auch Unzufriedenheit und halt nicht Angenommenheit dann da war. Es ist ja so, dass man dann ganz leicht und einfach sagen könnte, naja, wenn die Kindheit so war, ist ja klar, dass der Mann abrutschen musste. Aber haben Sie das so empfunden oder empfinden Sie das auch heute so, wenn Sie zurückgucken, ja, das war so, da hatte ich gar keine andere Wahl, das musste so passieren? Nein, eigentlich nicht, weil man steht vor Entscheidungen im Leben, die man selbst trifft. Und in einen Rockerclub zum Beispiel zu gehen, ist eine freie Entscheidung, um Ja oder Nein zu sagen. Man wird auch vorher gefragt, ist das in Ordnung für dich? Man hat auch eine Phase, wo man reinkommt und so Sachen über mehrere Jahre. Und man kann immer wieder sagen, es ist doch nichts für einen. Also es sind immer Entscheidungsprozesse, die man selbst beeinflussen kann. Aber Sie sind ja aus bestimmten Gründen in den Rockerclub gegangen, ne? Ja, natürlich, weil ich gewissen familiären Zusammenhalt dort gefunden habe, den ich zu Hause vermisst habe. Insofern könnte man fast schon sagen, es war doch so ein Automatismus, ja. Ja, natürlich. Also es geht, ich glaube, beides spielt einher. Auf der einen Seite sind die Sachen, die einen prägen. Und jede Entscheidung, die wir treffen, basiert auf Gefühlen. Und wenn ich das Gefühl habe, nicht angenommen zu sein, und da habe ich eine Gruppe, die mich annimmt, so wie ich bin, dann ist es natürlich schon eine naheliegende Sache, dass man dann sagt, okay, da entscheide ich mich doch dafür. Wie sind Sie denn dann an den Motorradclub gekommen, beziehungsweise Rockerclub, genau? Das ging eigentlich nach der Schulzeit, durch viel Alkohol und Partymachen, Frauen und so weiter, bin ich in die Heavy-Metal-Szene, weil ich überhaupt schon immer Rock und Metal gehört. Das hat mich schon immer irgendwo auch als Außenseiter dastehen lassen, weil der Mainstream hat immer was anderes gehört. Und durch die Heavy-Metal-Szene, der erste Heavy-Metal-Club kam, und dann habe ich Motorradführerschein gemacht, dann sind wir zusammen Motorrad gefahren, dann hat man Motorradclubs kennengelernt, die man besucht hat. Und dann kam der erste Motorradclub, und zu dem bin ich dann eingetreten, und aus dem hat dann sich ein Supportclub eines weltweit größten Motorradclubs entstanden, und daraus irgendwann halt der Übertritt in den großen Club. Klingt ja erstmal schön, aber ich habe ja eben schon mal so angedeutet, der Mann ist auch abgeglitten in etwas. Was ist da passiert? Oder ist das normal, wenn man in einem Rockerclub oder Motorradclub ist, dass da Drogen dazugehören, viel Sex, dass viel Alkohol dazugehört? Ja und auch nein. Also auf der einen Seite, der Club an sich ist ganz neutral. Das ist ein Verein, wie jeder andere Verein quasi irgendwo ist. Die Jungs, die drin sind, sind halt natürlich härter als im Kegelclub. Das ist klar. Und man lernt halt dadurch, dich Clubbrüder irgendwo kennen, sei es Drogendeals oder so Sachen. Und irgendwann ist der erste Punkt, wo man sagt, ja, ich nehme Drogen und dann probiere ich mit weiter und immer weiter. Und so kam das. Und dann irgendwann, um das zu finanzieren, um auch seinen Lebensdeal da zu finanzieren, weil die normale Arbeit reicht dann nicht mehr aus irgendwann, und dann kommt es halt dazu, dass man dann anfängt zum Beispiel zum Dealen oder halt andere Geschäfte dann einsteigt. Aber bei mir war es halt überwiegend das Dealen und am Ende war ich eigentlich bester Kunde bei mir selbst. Das gilt für viele, nehme ich an, ne? Ja, also ich kann es bei den anderen nicht sagen. Also es gab andere, die hatten es besser unter Kontrolle. Aber ich habe halt bei mir immer gemerkt, das war halt wirklich dieses Betäuben, weil man merkt irgendwann, dass diese Bruderschaft einen doch nicht so das gibt, was man eigentlich ursprünglich erhofft hat. Weil eine Lehre bleibt immer da. Also es sind trotzdem Leute, die 100 Prozent loyal sind, es sind Leute, die zu einem halten. Und wo man auch selbst in dieser Gruppe dazugehört und alles tut füreinander. Aber trotz alledem ist eine Lehre dann irgendwo da gewesen. Und die habe ich dann mit Drogen gestopft. Und das wiederum hat zur Folge gehabt, dass man dieses andere auseinandergefallen ist. Genau, also es war halt eben mehr Drogen, desto mehr Unzuverlässigkeit kommt da. Und das ist das Hauptding in diesen Clubs, dass man zuverlässig ist, dass ein Mann ein Wort, das steht dazu. Und das kam dann dazu, dass dann Sanktionen kamen und vor allem dann irgendwann der Präsident sagte, hör zu, es klappt nicht, entweder Arschbacken zusammen. Oder du kannst jetzt gehen ohne Probleme. Und dann habe ich meine Weste ausgezogen und bin gegangen. Aber dann war die Lehre noch größer. Da fehlte dieser Rahmen ja auch noch, oder? Genau. Also ich hatte mich von meiner Frau getrennt. Das war davor? Das ging davor. Die Ehe ging auseinander aufgrund von den ganzen Drogen, aufgrund des Rockerdaseins. Weil da passt eine Frau nicht wirklich 100 Prozent rein. Frauen sind mehr Ware und auch wenn die eine Frau zu einem gehört, trotzdem hat die nicht viel mitzureden. Und da leidet eine Ehe natürlich drunter. Und die Ehe ging auseinander. Ich bin ausgetreten aus dem Club. Das Motorrad habe ich abgegeben. Ich habe meinen ganzen Freundeskreis und Familienkreis verloren. Das war halt all diese Rocker. Ja, dann war ja gar nichts mehr da. Genau. Also Familie war weg. Was war mit der Arbeit, das war auch weg, ne? Genau. Ich hatte zwischenzeitlich meinen Job verloren. Und das Ende vom Lied war dann quasi auf der Straße zu stehen. Das war ja absolut der Nullpunkt. Frau war weg, die Arbeit war weg, Wohnung war weg. Und dann auch noch, kann man das so sagen, rausgeschmissen aus dem Club? Ja, also ich durfte gehen, ohne Probleme. Also ich habe gesagt, du kannst jetzt gehen ohne Probleme. Und das habe ich instinktiv wahrgenommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich habe die Weste ausgezogen und habe gesagt, ich gehe. Und dann war aber auch mit dem Raustritt in dem Moment, wurde man schon etwas gemieden oder mehr oder mehr gemieden. Da gibt es dann also offenbar auch so eine Art Ehrenkodex, oder? Gegen den Sie sich dann... Ja und auch nein. Also es gibt gewisse Verhaltensregeln für Aussteiger. Und dann kommt es darauf an, ob man am Guten oder am Schlechten geht. Und dementsprechend muss man sich dementsprechend verhalten. Aber für mich war das Thema so rum. Und ich habe halt gesagt, für mich selbst, du musst das so behandeln wie ein Alkoholsüchtiger. Also komplett weg, der davon sagte der Drogensüchtige. Aber so habe ich das gemacht. Ich habe jeden, den ich irgendwie kannte, weitläufig gemieden, der irgendwas mit der Rockerszene zu tun hat, jeden Kontakt aus dem Handy gestrichen, den ich hatte, um halt wirklich zu vermeiden, da irgendwie wieder sich anzunahen. Also das war auch instinktiv irgendwie. Aber das heißt doch, Sie waren nicht so fertig, dass Sie gar nichts mehr tun konnten. Also da hat er oben... Ja, ab und zu mal gab es ja lichte Momente. Ja, wie gesagt, da musst du es so und so machen. Genau, ab und zu gab es die lichten Momente. Ohne Drogen halt. Oder wenn halt mal tagsüber weniger genommen wurde. Also es ist nicht immer so, dass man nur noch weggebeamt ist. Okay, aber in dem Zustand kriegt man keine Arbeit. Und wahrscheinlich auch keine Freundin wieder, ne? Vermutlich mal. Was ist denn passiert, dass das anders geworden ist? Also ich habe mir versucht, also gar nicht bewusst Freundeskreise aufzubauen. Man ist halt in Kneipen gegangen und oft sind in diese Standardkneipen die üblichen Verdächtigen immer da. Und man lernt sich kennen, ein bisschen viele kannten, einer vom Sehen. Und interessant ist, man findet immer die Leute, die auch Drogen nehmen in diesen Milieus. Und ruckzuck hat man dann wieder so einen kleinen Bereich, wo man Leute kennt und zusammen Drogen nimmt und so Sachen. Also ging das immer wieder los? Genau, das ging genauso weiter. Also eigentlich noch schlimmer quasi. Weil jetzt war ich ja ohne Job, ohne quasi Dach über den Kopf richtig. Ja, in dieser Situation, jetzt ist eh alles egal. Ja, und diese Freunde vom Club waren natürlich auch weg. Genau, wo man halt trotzdem noch funktionieren musste. Also ich musste nicht mehr funktionieren in dem Fall. Das war der einzige Vorteil. Ich hatte jetzt keinen Druck mehr, irgendwie auch im Club. Irgendwie, du musst jetzt irgendwie diesem großen Ganzen funktionieren, sondern... Aber sie hatten ja gar keinen Rahmen mehr. Das andere war ja zumindest mal noch so ein Gerüst, an dem man sich irgendwie mal orientieren konnte. Jetzt steht bei Ihnen auf der Jacke heute, Jesus is Lord. Hat der in der Zeit bis dahin nochmal irgendeine Rolle gespielt? War da im Unterbewusstsein noch irgendwie was? Kam da noch irgendetwas? Nichts mehr. Aber irgendwie ist er Lord geworden. Also irgendwas ist passiert. Das war eines Abends, gerade in dieser Phase, wo wir von drüber geredet haben, ich saß auf dem Sofa bei dieser Bekannten, wo ich übernachtet habe oder mit gewohnt habe und habe mir über mein Leben Gedanken gemacht. Ich hatte irgendwie keine Lust, wegzugehen mal, weil auch mal ja keine Leute zu sehen. Und ich saß dort und habe festgestellt, Kelle, Frau weg, Motorrad weg, Club weg. Du lebst so mehr oder weniger fast nur auf der Straße. Du nimmst Drogen ohne Ende. Du bist nicht mehr Herr wirklich deiner Sinne. Und ich merkte, dass ich an so einer Klippe stehe. Und ich wusste, jeder nächste Schritt führt in den Abgrund. Und das war aber in dem Moment auch für mich in Ordnung. Also ich wusste, dass mein Lebensstil zum Tod führt. Und dann kam plötzlich ein Gedanke, gibt's noch mehr? Und aus dem gibt's noch mehr kam halt ein Gedanke, okay, wie ist das Thema Gott von früher? Ja. Ist das so ein bisschen nach dem Motto, Not lehrt beten, wenn dir gar nichts anderes mehr einfällt? Ja, auch. Also mag sein, dass Leute sich bewusst darüber Gedanken machen. Bei mir kam das einfach so. Also das war nicht irgendwie so, dass zig Leute vorher darüber mit mir geredet haben. Sondern ich wusste in der Situation, es geht weiter. Und die Frage stellte ich mir, was gibt's noch? Und dann kam mir das Thema Gott wieder in den Sinn. Und somit habe ich versucht, irgendwie das Vaterunser zu beten. Also die Bruchstücke, die ich konnte, das war nicht viel. Haben Sie nochmal zurückgegriffen auf das, was da irgendwo noch war? Was mal aus der Schulzeit mal hängen geblieben ist, wo man über jedes Mal was gehört hat. Und das war wie so ein Flummi, den man gegen die Wand wirft mit voller Wucht und so kam der genau wieder zurück. Und was heißt das? Ja, das war einfach ohne Erfolg. Also das war so, wow, das hat's jetzt gebracht. Das bringt nichts. Also es hat mir kein Gefühl gegeben, dass ich jetzt hier irgendwie die Erlösung gefunden habe in dem Moment. Und dann dachte ich mir, okay, morgen geht's weiter. Dann schläfst du eine Runde und dann schauen wir mal, wie das Leben weitergeht. Da war das schon wieder abgehakt? Das Thema war schon wieder abgehakt. Und dann habe ich mich hingelegt und wollte eigentlich einschlafen. Und dann höre ich plötzlich eine Stimme, die zu mir sagt, who laid down his life for you and died? It's probably me. Also wer hat dein Leben für dich hingegeben, ist für dich gestorben, vielleicht bin ich's. Und ich bin aufgeschreckt. Und die erste Gedanke war, ey, cool, das ist von Sting. Das ist ein Textteil von dem Lied von Sting. Und, ähm, aber das war so gleichzeitig, warte mal, was war das denn eigentlich? Was habe ich getrunken? Ja, und ich war in dem Moment, wenn wir es sagen, dann relativ nüchtern. Und, ähm, auf jeden Fall war das mir klar, dass es plötzlich irgendwie Gott war. Also ich wusste, Gott hat zu mir gesprochen. Und meine Antwort war auf diese Frage, die er mir gestellt hat, du, du bist für mich ans Kreuz gegangen, du bist für mich gestorben. Ist ja unvorstellbar. Also insofern unvorstellbar ist, dass Sie sich das wahrscheinlich zehn Minuten vorher auch nicht hätten vorstellen können. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wirkt das im Nachhinein auch noch so überraschend? Oder können Sie sich das jetzt irgendwie erklären, dass es dazu gekommen ist? Ich denke, Gott hat mit jedem Menschen einen Plan. Also keiner ist irgendwie aus irgendeiner Willkür hier. Sondern er hat jedem im Mutterleib geschaffen und erschaffen. Und er kennt jedes Haar, das wir haben oder auch vielleicht nicht haben. Und er hat einen Plan. Und wenn sein Plan noch nicht in Erfüllung ist, dann kann es sein, dass er dann die Leute schon irgendwann mal ruft. Und bei mir war das wohl so, dass ich erst durch viel durch musste, um überhaupt zu erkennen, was es bedeutet, frei zu werden. Was es bedeutet, angenommen zu sein. Was es bedeutet, einen liebevollen Vater im Himmel zu haben, der einen über alles liebt. Und der all das, was zwischen einem ist, bezahlt. Nun ist das, also man merkt, die nehmen wir noch an, dass sie davon selbst noch ganz überrascht sind oder auch noch berührt sind. Nun könnte der Zuschauer sagen, naja gut, er hat diese Stimme gehört und jetzt sitzt er da noch auch. Vielleicht können Sie es uns einfach mal erzählen, wie es danach weitergegangen ist. Es hätte ja auch sein können, dass Sie das gehört haben und dann ist man davon berührt. Aber am nächsten Morgen geht der normale Alltag wieder los, weil der viel stärker ist. Und das war auch erst mal der Fall. Also am nächsten Tag, der Alltag geht weiter. Nur was ich erfahren habe, als ich Jesus bekannt habe in dem Moment, war eine Angenommenheit, eine Liebe, ein Gefühl von zu Hause. Und das hat schon eine Grundstimmung in mir verändert am nächsten Morgen. Trotz alledem ging es weiter, irgendwie Drogen zu suchen und irgendwann Drogen wieder zu kommen. Interessant war, als ich zu meinem Dealer kam, der sagte, von mir kriegst du nichts mehr. Warum? Ich habe dich neulich gesehen, wie du unterwegs warst, das gefällt mir nicht. Und dann hat er mir keine Drogen mehr verkauft. Sogar der Dealer hat sich Sorgen gemacht. Ja. Und so sind meine Quellen zum Drogenkonsum versiegt. Und innerhalb von 14 Tagen merkte ich dann, dass ich seit fast zwei Wochen keine Drogen mehr genommen habe und dass ich es nicht mehr brauche. Und das war plötzlich, ich war frei. Ohne, dass Sie irgendeinen Entzug machen mussten. Nichts getan dafür. Kein Entzug, nichts. Das war einfach weg. Sie haben einmal als Vaterunser gebetet, da war nichts. Also da ist nichts passiert, außer dass Sie gedacht haben, naja, ich kann es ja mal versuchen, aber klappt nicht. Aber was war der Unterschied jetzt, dass Sie da plötzlich gedacht haben, wow, ich bin jetzt ja was? Erfüllt? Ja, dass Gott quasi von außen in mein Leben reinkam und Veränderungen dargebracht hat. Und die erste Veränderung war, dass ich mich angenommen fühlte. Und das war der Hauptpunkt? Und das war ein ganz wichtiger Punkt, weil durch mein Elternhaus und auch dann durch das Rocker-Dasein ist ja das, man ist als Rocker eigentlich so derjenige, der harte. Also man hat keinen, man sagt es immer, die haben einen weichen Kern, aber man ist wirklich hart. Und jeder, der ein dummes Wort anhängt, der kriegt halt auch gleich Ärger. Und das war ja immer noch da. Aber plötzlich kommt einer und berührt dich an dem Punkt, den du vor allem rundherum abschirmst, weil es niemand was angeht. Diese Stelle, deine Verwundbarkeit. Und da kommt Jesus rein. Und dort hat er mich berührt. Und das war ein Punkt, ein Gefühl, wie gesagt, also für mich war es wirklich wie zu Hause. Ich bin angenommen. Hier ist Liebe da und alles. Und das war dieser erste, und das war ein massiver Unterschied von allem, was ich kannte. Und dann konnten Sie auch auf alles andere, was bisher versucht hatte, dieses Leere zu füllen, verzichten. Ja, aber nein. Oder ist das ein bisschen zu idealistisch? Das eine ist, das wäre schön, also ich hoffe, dass es bei anderen ist. Bei mir war es weniger so. Die Lebensumstände, die vor einem sind, also ich vergleiche das zum Beispiel gerne, wenn du lebst 40 Jahre und du erfährst 40 Jahre lang, dass grün-rot ist, weil die Welt dir das sagt. Und dann liest du in der Bibel und Gott sagt, nein, grün ist grün und rot ist rot. Und er sagt mir zu was anderes. Und dann fängst du an nachzudenken und sagen, das stimmt aber nicht. Daher gibt es auch viele Probleme unter Christen, weil einfach jeder dem anderen irgendwas anderes sagt. Aber Gottes Wort oder Gottes Aussage ist halt die Wahrheit. Und die Wahrheit war in dem Moment, dass ich angenommen, dass ich ein Zuhause habe. Und dieses Zuhause, also das ist natürlich ein innerliches Geschehen, aber hat sich dann auch ausgewirkt, indem sich auch ein neues Zuhause gebildet hat sozusagen. Also auch ein äußerliches. Genau. Also ich habe durch einen Telefonanruf, wo ein Kneipier aus einer Kneipe mich anrief, wo eine alte Klassenkameradin von mir plötzlich dran war. Aber quasi hat sich das ebenfalls mein Leben nochmal verändert. Also ich sage immer, aus diesem Telefonat wurde meine Frau und wir haben drei wunderbare Kinder. Und ich sage immer, meine Frau hat mich zum zweiten Mal gerettet, weil sie hat es geschafft, unbewusst, auch mit Gottes Hilfe, mich aus meinem Umfeld dort rauszuziehen. Also sie sagt immer, spaßeshalber, du bist zu mir aufs Sofa eingezogen, bist nie mehr gegangen. Das war auch so. Und ja, und dadurch hat sie mich nochmal gerettet, weil einfach, wir haben uns eine Gemeinde gesucht. Sie ist auch kurz vor Ort zum Glauben gekommen. Sie hatte eine Freundin oder eine alte Klassenkameradin von uns beide, war das, die gläubig ist. Die hat halt sie ein bisschen begleitet. Und da habe ich natürlich auch das mitgenossen. Und die sagte, okay, sucht euch eine Gemeinde. Und wir haben uns eine Gemeinde gesucht. Wir haben dann ein Jahr später ungefähr geheiratet. Und Stück für Stück und so hat sich das Leben einfach wieder verändert. Ich habe einen Job wieder bekommen und konnte wieder anfangen zu arbeiten. Wir haben eine Familie gegründet. Und am Ende haben Sie auch wieder eine Kluft angezogen, aber diesmal eine andere. Ja, zuerst unfreiwillig. Aber ich wollte mit Rocker da sein, nichts mehr zu tun haben. Ich habe das auch jahrelang verschwiegen oder relativ im Stillen gehalten, weil ich einfach gesagt habe, es geht keinem was an. Bis Jesus sagte, das ist mein Zeugnis, was ich mit ihr geschrieben habe. Und auf einer Konferenz in Lüdenscheid, einer Pfingstkonferenz, habe ich die Ambassadors für Jesus Christ Motorcycle kennengelernt. Schon vorher über einen Freund ein Visitenkärtchen gekriegt. Und da haben wir so Facebook-Kontakte gehabt. Und die haben für mich gebetet. Und bis zu diesem Zeitpunkt war das so für mich, nee, kein Motorrad. Ich bin zwar ab und zu mal Motorrad gefahren im Urlaub oder so mal. Haben Sie befürchtet, da wieder in alte Bahnen hineinzukommen? Ja, auch. Das war halt, ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Das war auch wirklich so belegt mit Scham. Also das ist so mein dunkles Kapitel. Gott hat mich zwar da rausgeholt, aber damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und durch das Gebet von den Jungs kam irgendwann wirklich der Wunsch, jetzt, ja, Motorrad, das wäre ganz nett. Und da habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen. Und die sagte, ja, da kann man Geld sparen. Also Motorrad fahren ist für billiger als Autofahren. Gott sei Dank. Und dann habe ich mir als Wunsch gesetzt, okay, ich suche mir ein Motorrad. Aber die finanziellen Mittel waren nicht da. Und dann habe ich mir aufs Handy Titelbild, wie der Harley und, ja, und wundersame Weise. Wir haben uns Motorräder angeguckt zusammen auch. Meine Frau war auch dabei. Und wir standen vor einer und meine Frau sagt, das ist sie. Und ich so, ja, das wäre sie. Und dann hat aber größere Batzen Geld gefehlt. Und wundersamerweise, es war freitags, ich habe ihn nicht gleich abgesagt. Ich habe gewartet bis Sonntag, wir wollten anrufen, haben Gottesdienst. Und, ja, und dann klingelte das Telefon. Also ich habe mich angerufen und da stellte er mir die gleiche Frage, die Jesus gefragt hat. Weil ich habe vorher gebetet und Jesus sagt mir, willst du das Motorrad haben, ja oder nein? Ich so, ja. Und das sagte er auch. Er hat abgehoben, willst du das Motorrad haben, ja oder nein? Und ich so, ja, so in diesem Muster, ich habe dir eben ja gesagt. Und in dem Moment wusste ich, oh Mist, was hast du getan? Und, ja, ich habe dann gesagt, ich melde mich nochmal und ich hole es dann freitags ab. Und habe mir dann Nummernschilder besorgt, Versicherung klar gemacht. Und es war ein Auf und Ab emotional auf einem Tag. Wo kam das Geld denn her dann? Kriegsmotorrad und nichts. Und an dem Freitag, wo ich es holen wollte, ich habe mir so eine Deadline gesetzt, klingelte mein Handy. Und da war ein Freund dran und er sagte, ob mir es gut geht so. Und ich so, ne, ich habe ihm die Story erzählt. Und er sagt, da kommen wir die Nummernschilder mal vorbei, ich segne die und ich bete für dich, kriegst du auch einen Kaffee. Und während dem Gespräch, ne, er macht sich andern lustig so ein bisschen über das Nummernschild, zückte er zwei Umschläge mit Geld und sagte, hier, Gott hat mir gestern Abend gesagt, ich sollte das geben. Und das war bis auf das, was ich gespart hatte, genau der Betrag, der gefehlt hatte. Sehr verrückt. Ja, schön. Und bis heute, das Motorrad haben Sie. Das habe ich, ja. Sie sind noch in diesem Club und Ihre Arbeit heute ist vor allen Dingen mit Leuten, die in vielleicht ähnlichen Situationen waren, die darauf hinzuweisen, hör mal, hier gibt es noch mehr. Kann man das so zusammenfassen? Genau, also die als meine Arbeit, ehrenamtliche Arbeit hier als Ambassador, ist es so, dass wir in Motorclubs gehen. Das ist die ehrenamtliche Arbeit. Genau, ehrenamtliche Arbeit ist es genau. Wir gehen in die Motorclubs rein, wir sprechen, bauen Beziehungen einfach mit den Leuten auf. Und dann kommt es, dass natürlich in Krisenzeiten von den Leuten, die man kennenlernt, dann Gespräche kommen, intensive Gespräche kommen, gerade auch abends zu später Stunde. Und ja, da entstehen einfach Freundschaften und somit kann man einfach die Liebe Gottes den Menschen weiterbringen. Wunderbar. Manches konnten wir leider jetzt hier nur anreißen, wie das eben so ist, wenn man ein ganz bestimmtes Zeitformat einhalten muss. Ich hätte noch gerne manches gefragt, hoffe aber, oder das doch noch zum Schluss, meinen Sie, das wird jetzt so durchgehen oder rechnen Sie auch nochmal wieder mit Einbrüchen? Im Leben? Also so gravierende denke ich nicht, obwohl man weiß nie, wie das was das Leben schreibt. Aber meine Erfahrung ist, dass nach jeder Krise eine neue wartet. So ist das Leben. Nur dass Jesus derjenige ist, der aus diesen tiefen Tälern einen auch wieder rausholt. Dazu sage ich nichts mehr. Großartiges Schlusswort. Vielen Dank, Matt Packett, dass wir uns zu Gast waren und uns so beeindruckend erzählt haben von Ihrem Leben, von Jesus. Und alles Gute Ihnen. Danke. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen wir es gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss. 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 Työs. Stinh. sich t� будетеizar. Tschüss. See. Untertitelung des ZDF, 2020